Jemand behauptet, das deutsche Volk hat keine Nutz mehr. Es war das helle Spiel, du heilige Pellocent. Sie brauchen Medikamente, die müssen sie doch nicht immer nehmen. Medikamente nimmt man, wenn man krank ist und wenn man das möglich hat. Sie haben scheniert, sie haben scheniert, sie haben scheniert, sie haben scheniert, so wie heilige Pilze. Sie haben scheniert, die totaler und radikaler, als wir ihm und Zeug überhaupt erst vorstellen können. Sie war eine opportunistische Schlampe. So kamen bitte in mein Laboratorium. Hörten Sie schon mal von Professor Rubier gehört? Wir tun mit den Demodern. So kam ich in mein Laboratorium zu Hause angelangt, war der Zustand schon so, dass ich von der Umwelt unter mir selbst entfremdet war. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, LSD ist ein Medikament, es ist ein Hilfsmittel, aber ich habe noch niemandem gesagt, er soll LSD nehmen. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen in Dinderschweiz. Wollt ihr den totalen Krieg? Es war das LSD. Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Ursprünglich war der LSD nicht verboten. LSD ist ja kein, wirklich kein Genussmittel. Zu Hause legte ich mich wieder und versandt in einen nicht unangenehmen und ausschaltigen Zustand, der sich durch eine äusserst angelegte Fantasie kennzeichnete. Den nächsten Mal gewonnen und ausschaltigen Zustand. Ich freue mich, wenn man sich totale und radikale, als wir ihn und heute über alle ausstellen können. Das ist ein Medikament. Stau. Stau. Ich habe ja versucht zu zeigen, dass LSD in den Rahmen dieser Stoffe gehört, die seit Jahrtausenden in allen Kulturen genommen und gebraucht wurden, aber immer in den Händen einer Priesterschaft, immer in zeremoniellen Rahmen genommen wurde. Verstaunen. Verstaunen. Es war ein fast unglaubliches Erlebnis. Die heiligen Pilze. Die heiligen Pilze. Die heiligen Pilze. Die heiligen Pilze. Ein当ster der Steck, ohne Quiffen. Die heiligen Pilze. Die heiligen Pilze. In der Schweiz In der Schweiz In der Schweiz Es war ein fast unglaubliches Erlebnis In der Schweiz